oder bin ich wieder nach der aufnahme ist gerade gebrauchen das ist passiert ist als mich war aber nicht Ich finde es in dieser Situation, wie es aussieht. Ja gut. Das versteht nicht. Wird schon gesetzt. Du greifst eines unserer Gebäude in fauberster Front an. Du greifst uns gerade an, Alter. Juhu. Oh, bist du beheult? Nein, du nicht. Du nicht. Mit unseren neuen Waffen sind wir unschlagbar. Grenadiere melden sich bereit. Was ist das denn? Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Herr Waken, Feueraufgarten, wie können wir helfen? Geheuer. Der Feind hat eines unserer vorderen Gebäude zerstört. An dem Heisen. Auf der anderen Seite. Capitabolle. Tastische Spannende. Behra. Und den Einholverlust einzuladen? Ich glaube nicht. Geht's eigentlich nur mit diesen Dingen oder? Oder? T-Match! Was? Ich weiß nichts mehr, Gabi. Wir brauchen eine Sanitäter! Der Panzer schwimmig, der Panzer 4 ist eine. Der Panzer 4 ist bereit. Der Feind erobert unser Gebiet. Rückzug. Weckere! Komm Brüssel? Ja, Mann. Muss ich jetzt zurückfahren? Gut. Die sind in der neuen Position! Gnadiere zur Stelle! Schauen wir etwas bauen oder sofort reparieren? Gnadiere tropen vor der Schrake! Ich habe ein paar Hechtelner, Fruster 4. Oder Kohle. Ich hab ein bisschen mehr drauf was. Ich stell dich früher. Ich hab ein bisschen mehr drauf was. Ich hab ein bisschen mehr drauf. Schwalbe Schwalbe Das ist mir noch gerade. Ich glaube, wir haben hier auf den Platz. Okay, der ist tot. Wir haben es gemacht. Ja, der wurde gerade von seinen eigenen Minen verbombt. Das ist nicht untraurig, ne? Aber verdient. Panzer 4 hört! Okay, guck mal mal Sturmpans haben. Auch geil. So, der ist halt wieder da. Ich gebe euch einen Flammenwerfer. Können auch nicht schlachtlos. Wie war das hier gleich ein? Weißt du, was wir nehmen? Das ist jetzt so, nein. Wir haben Eroberungsbefehle. Informieren. Panzer 4 bereit. Ja, sind unterwegs. Wir haben unsere Flammenwerfer. Sturmpanser bereit. Ja, keine Chance. Ja. Wie tun wir absolut? Null. Wir sind bereit. Sturmpanser wechsel. Position. Ja. Ja. Pioniere. Wernadiere, bereit! Transferrat. Wir sind bereit zur Einsatz. Transferrat nach alternativen Stuttgart. Die Station. Transferrat nach alternativen Gäubert. Die Station. Ja. Ja. Du kommst mir nicht so weit davon. Ich werde jetzt irgendwie geschafft, das Überleben. Keine Ahnung, wie lange das hart mich gar nicht ist. Das kommt ja auch mit Mörder, der Glitzer. Äh, jetzt kriegst du was. Tschüss. Gut. Was haben wir mit dem Großteil meiner Infanterie? Das ist so ein Dingschen zerstört von mir. Das ist kein großes Problem, aber ist schon ein bisschen bitter. Ja. Keine Ahnung, wo du gerade hinfährst. Nicht ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay. Okay. Komm schon. Auf die Park. Okay. 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 Ich gehe weg hier. Okay. 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 Again. clear, says skull. Zumachen war das jetzt. Ich krieg halt nen Tiger. Das ist cool. Aber der kostet doch schon nicht wenig, ne? Wir sind bereit, sichert diesen Sektor. Ich das alle mal einnehmen. Cool. Du hast noch nicht mal diesen Einschuss getroffen, ne? Auch gut. Cool. Der Leichtgepanzer hat dir mehr Schaden gemacht als zu ihm. War nicht schlecht, Bruder. Deine Ausbildung hast du genossen, ne? Bist du hochgelegt bei der Ausbildung, oder was? Ernsthaft, ich schätze. Pioniere erwarten Befehle. Die Trophäe sich in die Hilfe. In der Wegung. Ja, der Trager, bringen sie uns hin. Ja. 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 Unser MD zwar plötzlich ist eingetroffen. Der Beweis versucht uns, unseren Sektor zu entreißen. Ja. Panzer 4 fährt los. Ja. Das wird nicht funktionieren. So, generadiere brauche ich weniger. Oh, oh. Ich gehe erstmal zurück. Das ist so lange, ne? Das ist so lange, ne? Das wird nicht so lange, ne? so eine frage kompetent du hast du die märz wo ich ja nice tschüss oder aber das ding hole ich jetzt ich habe genug guck mal her, was ich sag der hat auch ein Sieger aus, ja man let's go Feuer, er lebt noch yo, what the fuck ja, das ist schön, wenn er glaubt, er kann was färre, bär ja, färre, bär ja färre, bär ja wo ist das Reparant? wo ist das Reparant? davon hat er echt viele, wie es aussieht, ja der ist bereit, der ist bereit, der Typ und der ist bereit, der Typ Beide ich auf die Flügel! Sie haben keine Chance, Sie müssen fliehen! Ich bin ein Wiel! Geh' los, ich bin ein Wiel! Arrête! Beide ich an den Barsch! Sie sind mit dem Motoren, der Pfand da. Beide ich, los! Beide ich! Beide ich auf meine Schuss! Das hole ich jetzt, Bruder. Komm, Tigerchen! Okay, Panzer Vierchen. Oh, der ist eh gut. Ja, weiß nicht, was reicht da noch? Komm ich nur gerade mit was, schießt der Typ gerade auf mich. Was wollen Sie sich greifen lassen? Was wollen Sie sich greifen lassen lassen? Was wollen Sie sich greifen lassen lassen? Was wollen Sie sich greifen lassen lassen? Sie gehen sicher entgegen können. Sie liegen uns in den Fall. Sie sind tot. Schnelles Belegung. Wir verlieren gute Soldaten. Team-Age, Team-Age! Team-Age! Wo bist du denn mal, wenn man dich braucht, ne? Ja, ich bin raus. Schönes. Wie schick alles zur Basis. Ich bin raus. Kannst du selbst regeln. Ich hoffe, du siehst dann klar ein, dass du nichts gemacht hast. Diese sind die documented Allez-vin, das ist die Vermittler. Nein, ja! Kannst du Fifa-Bitler TambPeiga international denn auf dich ist? Ja! Fakt auf den Kopf. gefallen wirklich so kann auf dem kopf geschehen kommen die ganze zeit mit seinen scheißpanzern war er nicht hier wo ich gebraucht habe und ich wäre noch einsichtig wenn er in der zeit wenigstens was gemacht hätte aber nein er hat noch nicht mal was geleistet ernsthaft wie kann man so ein scheiß gut sein das ist ja unglaublich Ich brauche jetzt wieder neue Elfantrie. Ja, ein neuer Grenadier-Trip ist da. Ich habe gesagt, dass unsere neuen E-52 da sind. Oh, Digga, das hat er noch. Oh, Mutter und Vater will nicht leben. Okay. Das auch. Oh, Gott. Rebo, das ist direkt alles, was da ist, auch meine Panzer. Digga, mit was kommt der Typ da alles, Digga? Der kommt mit 40 Flugzeugen und 30 Artillerie. Auch nicht mehr normal. Das ist genau das, was ich jetzt brauche, gegen seinen Scheißpacks. Er ist der, den wir fürs Vater anbrauchen. Das ist gleich. Das ist gleich. Das ist gleich. Ich geb' da heute mal. So. Aber auch nicht mehr flippen, oder? Ja, Bruder, so schnell geht's. Oh, das wird's ja alles fein, Digga. Ja, Mann. Oh Gott, hat er jetzt wirklich das Scheiß-Thing getötet, Alter? Meine Fresse, ne. Okay, das war's dann auch wieder mit deiner kleinen Süßen. Sind denn die Pioniere jetzt schon wieder? Da kommt's doch nicht durch. Ich will den. Oh, ich werde mal die Pioniere, meine Güte. Ich bin nicht die Steris repariert. Okay. Okay. Furcht bleiben. Nee, jetzt hab ich grad wirklich richtig verzweifelt, oder? Kannst du hier? Wurde ich nicht zwei Pioniere mal erstellt? Was auch immer. Anerrechter. auch Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hörst du mal auf? Mit einer scheiß Artillerie die ganze Zeit? Ja wieder so, Alter Oh, die Russen, Digga Die beiden aber richtig Die gehen richtig ab, meine ich gerade ernst, doch nicht Die gehen gerade richtig auf Wir haben einen neuen Panther Das sieht so schön aus Schöne Panzer Schöne Panzer Schöne Panzer Schönen 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 Oh, der beknallert da alles mit seiner Scheiß Artiller, das wird nichts, sonst kann ich nicht so was machen Und den Brummbär bleibt noch nicht genug, wenn ich es verkauft habe Und bisher, für eine Panzerarme, da kommt der, denke ich, fürs Erste nicht durch Der hat wirklich eine krase Taktik entwickelt, um meine zwei Panzer und ein Tiger zu zerstören Panzerwerfer, bereit zum Einsatz Panzerwerfer, bestätigt Maßbefehl Sollte ich es denn hin, woanders gehen Ich kann hier so schon wahrscheinlich Ich weiß auch, wo ich was kann Oh, direkt Oh, oh Hinzu Halbkettenfahrt, seid bereit Ja Pfff Haben Sie die Raketenzielen? Oh nein Oh nein Ich schließe die Kattuscher von der ganzen Hände Schwierig, der Feind erobert unser Gebiet Tier bereit Panzerkontakt, Panzerwerfer, bereit zum Einsatz Ich kann meine Waffe nicht finden Ich kann meine Waffe nicht finden 200 Punkte bleiben uns noch Panzerwerfer, in Bewegung Du weißt nicht so, dass er das jetzt Ding holt Die Autos zu schlafen Überhalts Mach doch den Gästen! Der Feind hat uns seinen Schlaf versetzt Und schießt zu. Er lebt noch, okay? Ich will es nicht immer schaffen, ich will Panzer noch zu saven, Alter, das fuck's ab, ne? Wie hat er denn es geschafft? Ich habe es geschafft, ein Tiger zu holen, wie geht das? Warte, ich habe es schon einfach genug. Aber was, wie sagt der nur noch so vieles Leben? So, ich glaube, ich habe mir das merkt, ich habe nochmal ein Tiger verlieren, ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber er hat nicht vielmehr anhalten gefühlt. Aber lauerte gar nicht, was gefühlt hat, klar, das ist logisch, macht Spaß, aber es ist egal. Das muss wirklich ein sehr gezielter Schuss gewesen sein, wenn du die mit einem Schuss gefühlt hast. Natürlich, also, ich respektiere solche Leute, die hacken. Hacker sind für mich immer super Leute gewesen. Wirklich, die haben Talent, die sind toll, haben keinen Vater. Einfach wunderbar. Was geht denn jetzt gerade bei dem Arbeiter? Pioniere zu allem bereit. Sofort reparieren. Nein, der hat auch noch einen Tiger oder. Ah, hier. O, da kann man halt immer alle Siege machen lassen. Ich will ja nicht mal lange überleben, wenn das so weit geht. ich hatte das hast du eigentlich hätte oder ist das fast keine panzer die ganze zeit nur kathucer spiel ist wirklich weil die in der tue den leben fertig ist da kommt das große ding wieder unser schlöber das ding unser schlöber ok wir haben es verstanden aber ja der kaffee noch hätte geschießt aber ich hoffe ich hatte geschossen händen ich traurig und gucke einfach mal die ich verrate von dem schirm an wo es ist dass ich meine schönere und besten auch von hieß es ist auch noch viel schöner aus ist da liegt denn was im arsch ist die bieten sich gar nicht mehr dafür nur noch müssen und aufgeben ja klar ein gescheitert Ist es nötig, dass ich die dann hier hinschicke? Ist es nötig, dass ich die dann hier hinschicke? Oh! Oh! Das ist mal die Leber! kämpfer digga ist der drittige morges ninja worges ich greffe von außen an oder was hast du denn dort Guck mal kurz rein, Tiger. Riesenpante. Geh, Bruder, aber treib halt. 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 Das ist noch nicht ganz weg, glaube ich. Der Sieg ist nah. Der Feind hat 25 Punkte. Überraschung für ihn. Nichts, überraschung für ihn. Den Futter hat sich jetzt zu fahren. Überraschung für ihn. Der Feind sieht ihn, der gerade schon kommt. Er hat kaum 10 Punkte. Der Sieg gehört uns. Oh, wie er meinen Pater dann noch weggepumpt hat, oder? Easy. Aus dem Schrappschritt, wie ich finde. Wow. Der Brite, dieser KI-Brit, der war echt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Vorher, wie du bin ich. Das hab ich gehört. Mal gucken, wo hast du meine Statistiken an, ne? War wieder beim Bauer an. Ja, jetzt guckt man ja eigentlich alles nicht. Eigentlich guckt mir das nicht. Sollen wir einmal gucken, wann das mein erstes Panzer hat. Panzersperrwangen zählt nicht als Panzer. Das war mein Panzer 4. Wann hatte der seinen ersten Panzer? Heimkettenträsperrwangen. Heimkettenträsperrwangen. Das ist ja nicht. Was? Ich glaub ich hab ihn übersprungen. Oh, der seinen ersten Panzer hatte. Der hatte gar keinen Panzer, aber das geht nicht. Oder ich hab gesehen wie der eine andere Panzer hat. Das ist ja falsch, das kann sein. Ich hab ihn versucht, dass er nicht mehr storage hat. Das ist ja falsch. 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 Ich hab ihn rausgelegt. herrs nein ist ja traurig was ja da an dem einen punkt hier da war er einmal besser als ich und dann oder ich vielleicht sogar ganz okay ja scheiße auch überblick insgesamt oder er hat sie jetzt also flüster wiederholungsbrechern wir das same sammer okay sammer hallo 216 geduldete einheiten und 132 verlorene bei 11 veroberungen und er war scheiße er war wirklich scheiße der die ganze zeit bei mir auch fast nichts geleistet das ist was er konnte war bei mir an zu abstrauben und gegner entschüchtern ja auf jeden fall oder nicht mal schluss wird noch mal amerikaner vielleicht versuchen zu spielen nach langer zeit auf jeden auf jeden fall fühlst du dich in fühlst du dich also macht's gut und tschau und tschau